Die Grünen Wetter ausschicken ja zwei Kandidaten ins Rennen. Das ist Clemens Brest und Katrin Anders als erfahrene Kommunalpolitiker. Und ich denke, gemeinsam drückt es aus mit ihren Schwerpunkten, die sie beide haben, die sie beide gemeinsam einbringen wollen und können. Das haben sie gezeigt in sehr erfolgreicher Kommunalpolitik hier in Bad Vöbel. Der Clemens ist hier in Bad Vöbel unser Eckpfeiler der Politik. Er tut sehr viel inhaltlich. Es geht vom Verkehr bis hin über Wohnen, bis hin zu modernen Arbeitsplätzen, ökologische, einwandfreie Ernährung und so weiter. Katrin steht für mich immer eher für die sozialen Themen, hat sich sehr eingesetzt für das ganze Thema Kindergärten, auch die Qualität der ganzen Kinderbetreuung und Kinder in frühkindlichen Entwicklung. Clemens und Katrin ergänzen sich wunderbar, wenn sie einfach für unterschiedliche Themen stehen und sich super die Bälle zuspielen können.